Großartige Nachrichten Leute, denn YouTube entwickelt sich mal zu etwas Positiven. Wir dürfen uns auf etwas Großes freuen, Ben, oder? Ja, ich bin sehr gespannt. Es gibt ein neues Design. Liebe Freunde, wir haben ja alle schon viel mit YouTube durchgemacht. Mal spinnen der Algorithmus, mal hat man eine Designänderung vorgenommen, die das Ganze ein bisschen unübersichtlich gemacht hat. Oder es gab einfach diverse Bugs, zum Beispiel, dass Videos in der Abobox nicht auftauchen. Aber jetzt hat YouTube still und heimlich an etwas gewerkelt, welches uns sicherlich ein bisschen Freude gestalten könnte, Ben. Genau, kurz vorab, das ist jetzt keine direkte News an sich, sondern wir wollen euch nur kurz informieren, dass dieses neue Design theoretisch schon vorhanden ist. Es ist auch noch nicht das volle Design, also das ist quasi sowas wie eine Beta-Phase. Die kann aber jetzt schon aktiviert werden und die könnt ihr euch schon anschauen und vielleicht auch sogar dann am finalen Design mitwirken. Genau, also ihr könnt unter einem bestimmten Kniff schon das YouTube 2017 sehen. Dafür müsst ihr nur ein bisschen was gucken. Wir haben euch eine Anleitung auf playnation.de richtig schön zusammengetüftelt, die ihr oben hier seht. Klickt einfach mal an und dann könnt ihr da einfach vorbeischauen. Es gibt diverse kleine Änderungen. Zum Beispiel legt man den Fokus auf deutlich größere Buttons. Ja, wie wir zum Beispiel hier sehen, alles ist deutlich cleaner geworden. Und man hat gesagt, okay, wir wollen das so machen, dass der Fokus wirklich auf das Video und auf die Sum-Netze und so weiter liegt. Auch ein dunkler Ton wird künftig mit von der Partie sein. Genau, also die Schrift ist schwarz und grau und wir haben ja gerade schon gesehen, dass halt die Schrift bzw. die Beschreibung, der Titel von den einzelnen Videos dann ein bisschen kürzer quasi aussieht. Ja, das Profilbild ist rund vom jeweiligen Creator und dann gibt es noch ein, zwei Neuerungen. Zum Beispiel kann man den Kinomodus jetzt so aktivieren, dass der dann vom, ja, wir hatten ja früher immer diese abartigen Balken hier, aber die hast du jetzt dann nicht mehr. Da hast du dann 21 zu 9 tatsächlich, kannst du dann den Kino-Trailer wirklich ohne Balken anschauen. Genau, also ihr kennt das ja, wenn ihr Trailer guckt, sind immer oben und unten diese Kino-Balken und YouTube ermöglicht euch jetzt diese Balken eben auszublenden. Eine schöne Sache, wie ich finde, damit kann man nämlich noch mehr in Genuss des Trailers kommen. Und hier sieht man auch unseren Channel, Playmassive TV oder PlayNation TV. Aber wenn man sich das anguckt, das ist wirklich extrem aufgeräumt. Ja, man hat wirklich sehr, sehr viel rausgenommen und den Fokus, wenn ich jetzt auf den Channel gucke, ist entweder der Header einmal im Mittelpunkt, dann das Profilbild, wie man hier sieht, der Abonnier-Button, hier die Links und natürlich die Videos dann, die man selbst hochlädt. Interessant ist auch dieser Typ hier, Dustin Martin, der das für uns dann gesehen hat. Und ja, die Suche, also wie gesagt, der ganze Header, also der obere Bereich ist wirklich sehr minimalistisch und ich glaube, man möchte sehr krass den Fokus auf Mobile legen, weil hier ist nämlich auch dieses typische Mobile-Menü. Und es gibt auch noch ein paar neue Features und zwar gibt es zukünftig den Dark-Mode, wie es scheint. Ja, und auch noch ein paar andere Features. Zum Beispiel könnt ihr jetzt Schnellzugriffe auf Käufe quasi tätigen und genauso halt aufs Creator Studio zugreifen über ein bestimmtes Menü. Genau, also damit alles noch schneller geht und noch einfacher. Wann das Design dann letztendlich in Deutschland verfügbar sein wird, also raus aus der Beta-Phase kommt und dann ins Finale für alle Nutzer übergeht, weiß man leider noch nicht. Das steht noch in den Sternen, weil YouTube arbeitet schon seit einem Jahr daran. Und man aktualisiert es immer so ein bisschen, man nimmt auch das Feedback der Community wahr. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass YouTube da gerade den Fokus so ein bisschen drauf legt, sondern sollte man erstmal die ganzen Bugs, wie zum Beispiel das mit der Abo-Box, das mit dem Algorithmus und so weiter beheben und auch alles ein bisschen bugfreier machen, auch dass die Videos schneller verarbeiten und so. Und dann könnte ich sagen, okay, die Zeit für neues Design ist reif. Aussehen, was ich noch ein bisschen kritisch sehe, ist, wenn das Design so minimalistisch ist, dass man wirklich den Fokus auf die Thumbnails legt, dann ist es so, dass die Thumbnails in künftiger Weise noch krasser ausfallen werden, dass die Leute noch mehr Pfeile, noch mehr Kreise benutzen, weil das natürlich viel mehr hervorsteht, als nur der ledigliche eigentliche Titel, oder? Aber reicht ja auch, wenn der Rest dann minimalistisch gestaltet ist, dann muss man ja nicht noch mehr haben. Also wenn dann der Fokus auf die Thumbnails dadurch ein bisschen liegt oder sogar, kann gut sein, muss aber nicht. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare unter diesem Video, ob ihr sagt, ey, ich finde es cool, dass YouTube hier auch ein bisschen technisch jetzt, bis ich nur so optisch mal neu, ja, ich sage nicht neu anfangen wagt, aber einen Schritt in eine bessere Richtung wagt, dann Däumchen hoch, lasst es uns wissen. Ansonsten, was stört euch an YouTube? Gibt es irgendwas, was ihr zuerst verbessert bekommen möchtet, dass ihr sagt, okay, das würde ich cooler finden? Nicht Content bezogen, also nicht die Inhalte bezogen, weil das ist nicht YouTube selber, sondern technisch gesehen, optisch gesehen. Ja, lasst es uns in den Kommentaren wissen, wir bedanken uns für's Zusehen und wünschen euch einen fabelhaften Tag. Danke für's Zusehen bei den PlayNation. Macht's gut, Freunde. Entertainment News. Tschüss. Entertainment News.